Ach du Heiler! Ah, bitte süß! Was denn? Wo denn? Wo denn? Ach du heilige Kacke! Ich bin von der Kacke geschlagen worden. Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz tollen neuen Spiel. Also ich habe es schon länger auf der Platte. Warnung vor politischer Inkorrektheit, Gesundheitswarnung. Okay, drückt auf Pause und lest nochmal durch. Ich habe es schon länger auf der Platte. Ich weiß aber nicht mehr genau, worum es ging. Aber ich bin mir sicher, ich fand es gut. Attack of the evil group. Die Attacke des teuflischen Kackhaufens. Ja. Einmal die Einstellung kurz gucken. Qualität. Gut. Disgusting. Fantastic. Heemmapping. Ich fand das ein bisschen verwirrend. Schwierigkeiten. Schwierigkeit. Ich glaube, das sieht einfacher aus, oder? Äh. Äh. Okay. Ja. Wir, äh. Hubsen einfach mal rein. Was? Was? Ja. 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 Oh nein. Das war Abführmittel. Ich weiß nicht, was wir hier spielen. Ich weiß nicht, was wir hier spielen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Der Arme. What's up? Ah. Attack of the evil poop. Das ist echt kein Kackspiel. Das ist echt kein Kackspiel. Okay. Super Menüauswahl. Okay. Ich muss das erst mal kapieren. Super Menüauswahl. Null von 79. Äh. Collect them all. Also diese Dinger müssen wir sammeln. Menü. Eine Sorg-Glocke zum Freischalten. Okay. Also muss ich die sammeln, um das hier freizuschalten. Ein Hotdog hat 315 Kalorien. Könnte jeder denn kommen. Um sie zu verbrennen, musst du 36 Minuten joggen oder 42 Grad fahren. Boah. Was bedeutet das? Die Hotdoglöse sind genau wie Schinken, Salami und Speck. Äh. Enthalten Aluminium. Was? Und Phosphatzusätze, die zahlreiche gesundheitliche Probleme hervorrufen können. Anschließend fällt. Was? Die halten Aluminium? Ich weiß, viele Sachen haben schädliche Sachen. Aber, äh. Okay. Ein Avocado bietet viele Vorteile für die Gesundheit. Ich mag Avocado, mach sie mir nicht kaputt. Sie hilft dabei, den Cholesterinspiegel zu senken, fördert die Verdauung, liefert wichtige der Herstoffe im Kampf gegen den Krebs und verlangt sogar den Alterungsprozess. Ich muss mir... Boah. Ich habe eine Avocado, glaube ich, im Kölzstrang irgendwo. Wo? Hm. Muss mal gucken. So, was, was kann ich denn jetzt hier tun? Es ist einfach nur, was ich, äh, gefunden habe. Okay, zurück. Bitte warten. Äh. Ja. Kann ich jetzt was tun? Ja. Hm. 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 Oh. Hm. Ja. Komm. 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 Ja, ich kann ja auch noch was anderes suchen, außer die Maustaste. Oh, das ist was er jetzt auf dem Crew gemacht hat. Jetzt antworten. Was passiert dir alles? Blockiere! Aaaaaah! Was? Was? Ach du Halliga! Puh! Wie viel Tasten denn noch? Okay, ich muss gucken was da steht dann. Boah! War's gut? War das jetzt richtig? A, C A, C Oh mein Gott! Gibt gar nicht so viel Platz mit meiner Maus hier. Ach du Halliga! Oh! Oh, oh, oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Um Gottes Willen! Was ist denn? Aua! Ich drück und dauert die falsche Tasse. Was? Ich kann nicht flaschen? Wieso kommen hier kleine Kackknödel aus der Land? Oh Gott! Jetzt bist du weg! Hier ist sie wieder allein allein! Wegspülen! Blocke jeden Schlag habe ich nicht geschafft! Zerbricht nichts! Ja, sorry! Äh! Ich konnte ja 200 Maiskorn nutzen! Ich kann 50 Sekunden wegspülen! Ja, ne, das habe ich nicht geschafft! Weiter! Hä? Geht's schon wieder los? Ach so! In der nächsten Episode! Ach so! Ja, ich möchte nicht gespoilert werden! Ich möchte das machen! Ja, dass du drücken, um Gegenstände aufzuheben! Okay! Bereit! Okay! Ja, ja, ja! In all the haste, my baggage went missing! Goodbye hotel! Goodbye money! Goodbye clothes! Goodbye cell phone! It was a nightmare! I was stuck in her house with her parents and all that nonsense! This situation was way worse than a low budget horror movie! Even worse than the Killer Tomatoes! And the worst thing is that no one could know what was going on, and I couldn't lose my girl, nor my ordinary life either! For a moment, I consoled myself, thinking that the creature was something stuck on the toilet before I used it. But sooner or later, I would find out the real truth about it! I'm sorry I had to be in the real life of my house with her family. I'm sorry! I have no idea! I need to have a mess with my house with my house with her family, and I'm sorry! I'm sorry! Ach du heiser. Sagt die Freundin da nichts zu? Wieso haben wir überhaupt eine Waffe? Ach das ist ein *** mit irgendwas oder? War das geträumt? So, zwei Stück habe ich. Hä, was habe ich getan? Okay. Wähl ein Gegenstand. Ah, wie du süß. Es trifft dich auf deine Art. Cool. Rechts klick. Warum? So wäre jetzt französisch. 55. Nächstes Mal sollte ich, wenn ich die ganze Zeit warst. Ich weiß ja, was für ein Hexel ich zu Ende legen kann. Gibt es ein Maiskorn? Wie dein Gegenstand? Ein modifizierter Föhn, der auch in Desinfektionsspray getauchte Kugeln aus Kluppapier abbeue. Boah ja, diese Ratte ist ein Genie. So. Dann, äh. Kann jeder gehen, ne? Ich habe ein inspirierendes Frühstück bekommen. Ein Brownie, ähm. Ein Brownie, ähm. Ein Brownie hat 150 Kalorien. Um die zu verbrennen, musst du 13 Minuten joggen oder 15 Minuten Rad fahren. Wenn du deinen Kapi ohne Zucker trinkst. Ja. Gibt es süßt aber auch? Affinierter Zucker, weißer Zucker enthält aufgrund der chemischen Prozesse, die er durchläuft, keinen signifikanten Nährwert. Er entzieht wichtige B-Vitamine. Das, hm. Erklärt. Die zum Lernen fürs Gedächtnis und zum Konzentrieren benötigt werden. Außerdem steht er in Verbindung mit Herz-, Leber- und Nierenproblemen sowie Diabetes. Studien bewiesen, dass Kaffee dem Alterungsprozess und Diabetes entgegenwirkt hat. Oh. Und zudem auch schmerzstillend ist. Okay. Allerdings muss auch bedacht werden, dass er Nebenwirkungen hat, wie Herzbeißerverkrankungen, Austrocknungen aus der Kurose. Ja. Ja. Was? Hubsch. Okay. Das sieht nicht lecker aus. Okay. Weiß nicht. Eine Portion Eiskirn hat 285 Kalorien. Um sie zu verbrennen, musst du... Ah, Entschuldigung. Ach, du morgens. Uh, was schon wieder. Um sie zu verbrennen, musst du 33 Minuten joggen oder 38 Minuten Radfahren. Bei der Pasteurisierung von Milch geht das Enzym für die Kalziumaufnahme verloren. Ohne Kalzium beginnt der Körper seine eigenen Reserven zu nutzen, was zu Osteoporose führt. Darüber hinaus werden den kühnen Hormonen gespritzt, um die Milchproduktion zu beschleunigen eigentlich. Diese sind gesundheitsschädlich, ganz zu schweigen von dem Eiter, den tierische Milch enthalten kann. Ah, danke. Ich bin auf Hafermilch umgestiegen zur Zeit. Also, ist mir das egal. Mandeln, Nüsse, Pistazien, verschiedene Hülsenfrüchte und Gemüse, unter anderem Spinat und Brokkoli, sind reich an Kalzium. Achso, ich dachte, das geht noch mal heiß. Und haben nicht die unangenehme Nebenwirkung, wie man... Ah, pastorisierter Milch zuschreibt. Mag ich, mag ich, mag ich... Ja, mag ich alles. Okay. Gut. Haben wir das? Dann... Ich könnte auch gegen die Peri spielen. Erstmal. Mal weiter. Achso, ich weiß schon wieder nicht mehr, wie das ging. Was ist das? Was war das? Ach, so geht's weiter. Okay. Oder auch nicht? Nein. Ah, ich bin verwirrt. Tape 1. In all the haste, my baggage went missing. Goodbye Hotel, good my money, good my calls, good my cell phone. It was a nightmare. I was stuck in her house with her parents and all that nonsense. Ja, ist gut. Wie geht's nochmal weiter? Achso, einfach da auf das Eis drücken. Ich hätte aber erst noch viele Hot Dogs machen können, ne? Achso, da stand noch eine Tastgelegen. Was hin? Oh. Ach du heiliger. Was? Wo? Auf. Ach du. Ach. Ach, ach du heilig. Mäben. Oh, ich kann es sehen, die anderen. ich hoffe es ist ok dass ich gerade nicht so viel erzähle ich bloß ich bin ich bin von der kacke geschlagen worden und dann wart ihr auf ewig beste freunde ich guck mir mal das andere dinge an jeweiligen haben drei extra kacki wana was Was für Stanz Ah Musst du hin? Hä? Macht der sich gerade sauber? Oh. Sie macht jetzt nicht hier sauber. Nein, 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 nein. Ich will nicht wieder drauf gehen. Oh. 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 Was ist passiert? Ja. Ich... Mal Q und E, ne? Ja. Ach, ich hatte gerade die Hoffnung, dass, äh... Er weg ist. Was denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Achtung schon! Ah! Oh nein! Red Store. Ja, ich guck noch mal in den Red Store. Ich hab ja jetzt bestimmt auch was verdient. 2 von 79. Aber ist das die, die Währung, die ich hab? Muss noch mal gucken. 38. Sie trainiert sich hier. Kann ich hier noch irgendetwas anderes tun? 931. Hm. Q, W, E, A, S... Wenn ich das nochmal spiele? Wo? Weil das hab ich ja hingekriegt. Musste ich ja auch nicht von dieser Währung... Sammeln, oder? Jetzt hab ich ja auch, äh... What? Ich kann höre, strange Ruhe kommen von da. Ich weiß, es gibt ein Taki-Bow hier. Helft sie bitte! Haha, du bist so lustig, aber... Ich hoffe, du hast einen guten Chat. Sie ist ja auch, Gage. Ja! Ziele anzuzeigen? Ich blocke jeden Schlag, zerbricht nichts. Er ist durch schon vorbei. Innerhalb von 50 Sekunden wegspüren. Sie ist durch hier nicht sicher. Ja. Echt. Die Stimme! Sie ist doch nicht. Sie wird die Flasche verletz. Sie werden den Weg. Sie werden ja, Sie spielen. Sie leben. Sie leben. Sie leben. Sie leben. Ja, komm, hau! Ich versuche das zu. Du musst aber gucken, wo die Taste ist. Komm, vorhin habe ich das doch geschafft. Was soll denn das? Vor allem, wie schnell soll ich den denn bitte runterspielen? 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 Jetzt wieder E. Leertaste, einfach alle Knappe. Mini Kackhaufen. Wo kann ich ihn sehen, ob er denn mal bald nüber ist? Da oben rechts? Wie soll man das denn eigentlich schaffen, ohne irgendetwas kaputt zu machen? Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich setze die Toilette irgendwie irgendwann. Oh, es wird schon wieder knapp hier. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Achso, weil ich die ganze Zeit auf Abwehren gedrückt habe. Oh mein Gott, meine Hand. So, habe ich jetzt irgendetwas dazu bekommen? Ich habe so viele Dinger hier, aber ich habe kein Pup-Teil. Hm. Ja, ja, ja. Ich probiere jetzt noch ein Ding hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Auch eine andere Waffe wahrscheinlich nicht, ne? So. 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 Ah, zuhinein, Kaka! Okay. Okay. Ich bin jetzt hier. Okay. Oh! 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 You lazy f***er! So long. Ah! Oh! Ah! Nice! Oh! Oh! Oh nein! Ich bin schon wieder... Ach, ich hab das jetzt kapiert, das Prinzip. Ich muss, wenn der da vorbeifliegt, muss ich auf die, äh... Finger da schießen. Oh, das wird nichts. Oh! Oh, ich glaub das war knapp, oder? Ah! Hab ich irgendwas verdient? Nein, hab ich nicht. Ah! Na gut! Ich wollte das mal probieren. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Meine Hand tut weh und ich fand's lustig. Ah... Gut. Mal was anderes, ne? Dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.